Ich heiße Ibrahim Ulaş, ich komme von der Türkei, lebe in Deutschland seit sieben Jahre alt bin, ich bin jetzt 40 Jahre alt und irgendwann hat es Spaß gehabt, auf Quad habe ich mich erkannt und dann habe ich gefahren und gefahren und irgendwann ist mal der Motor kaputt gegangen, mein Freund Werner hat gesagt, wir bauen um, jetzt gut, hat er schon früher gesagt, ich habe gesagt, komm, meine Maschine läuft und deswegen mache ich jetzt nichts und dann habe ich dann irgendwann mal der Motor kaputt gegangen, dann wollte mal 600er Feser Motor reinmachen und ich sage, nee Alter, komm, lass mir Sinn, ich will doch größeren Motor, der Motor ist ja Luftwiesau, dann haben wir dann 700er GSXR Motor gekauft, 750er Motor mit 104 kW, sind ungefähr 145, 150 PS rum, so, dann haben wir angefangen umzubauen und jetzt bin ich schneller wie mein Kollege und der hat sich kaputt, das ist schneller quatern, das ist schneller quatern wie der, sonst, ich fange immer wieder immer was Neues an, da bisschen verbessere, da bisschen verbessere, es gibt nie fertig, aber wenn es fertig ist, dann bin ich froh. ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017